Wir können einen kleinen Test machen. Wenn Sie jetzt denken, der Türke ist aber ganz schön frech, kommt hierhin, spricht Deutsch und erzählt uns Deutschen, was wir denken sollen, dann sage ich Ihnen, ich bin gar nicht Türke. Ich war es mal. Aber ich sage Ihnen noch was dazu, ich bin es doch irgendwie noch. Ich bin Bedarfstürke. Das heißt, wenn ich was will, dann sage ich plötzlich, ich bin Türke. Ich fühle mich diskriminiert. Das habe ich von anderen gelernt. Wenn ich auf Augenhöhe mit Ihnen sein will, dann sage ich, ich bin doch Deutscher. Das habe ich von Ihnen gelernt. Früher war es nämlich so, wenn ich was gut gemacht habe, dann habe ich gehört, Sie sind so deutsch, man merkt gar nicht, dass Sie Türke sind. Das war ein Kompliment. Da war ich stolz darauf, dass man meine Identität wegradiert hat. Und wenn ich was falsch gemacht habe, dann hat man oft gesagt, gehen Sie doch dahin, wo Sie hergekommen sind. Das war die Ambivalenz, die ich gelernt habe, heute zu übertragen, wenn ich mit Publikum wie mit Ihnen rede. Und um Ihnen zu sagen, dass alles, was ich eben erwähnt habe, nicht wirklich 100% so gemeint war, wie ich es gesagt habe, sage ich Ihnen jetzt noch was dazu. Ich mag die Türken auch nicht. Ekelhafte Leute. Wissen Sie, die kommen hierhin. Jetzt haben wir, glaube ich, das 65-Jährige oder 80-Jährige oder gefühlt 1000-Jährige Abkommen zwischen Türken und Deutschen. Und die benehmen sich hier so, als wären sie zu Hause. Aber wo ist hier zu Hause? Das weiß man nicht. Also Mainz zum Beispiel ist in der Nähe von Düsseldorf. Und dann aber, und dann bilden sie noch ihre eigenen Grüppchen. Bauen Moscheen und rufen, Hallo Akbar! Und fahren aber dicken Mercedes mit roten Ledersitzen und Wum 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 Cha Hip Hop Musik. Und alle haben sie die gleichen schwulen Frisuren. Hier so an der Seite rasiert oben so ein Bommel. Die Türken sind sowieso die schwulsten Männer, die ich kenne. Sitzen beim Barbershop und lassen sich die Augenbrauen zupfen. Und wenn sie dann aber draußen rumlaufen, bist du schwul oder was? Nee, du bist schwul. Du weißt es nur nicht. Ist ja auch nicht schlimm. Die größten Stars der Türkei sind schwul. Aber Türken an sich sind nicht nur das, sie sind auch noch renitent. Und nur mal ein Beispiel. Mesut Özil. Wollen Sie so einen Typen in der Nationalmannschaft haben, der noch nicht mal weiß, was ist mein Präsident? Der oder der? Dem gebe ich Trikot, hier trage ich Trikot. Ja, das sind die Türken. Verlogen. Haben Sie gemerkt, wie Sie mir innerlich zugestimmt haben? Und jetzt stellen Sie sich vor, ich hätte den gleichen Absatz über Juden gesagt. Da hätten Sie aber sofort ein Problem bekommen. Habe ich aber nicht. Ich habe Sie ja jetzt nur gerade in dem Moment darauf hingewiesen, dass ich es hätte tun können. Das ist eben der feine Unterschied. Können und Wollen oder Wissen und Glauben, das sind die kleinen Demarkationslinien, an denen wir heute scheitern. Und deswegen bin ich fest davon überzeugt, dass es nicht nur meine Aufgabe ist, auf der Bühne zu stehen und Ihnen so etwas zu erzählen, sondern dass es auch Ihre Aufgabe ist, zu beurteilen, ob Sie sich so etwas erzählen lassen wollen. Und das ist der Anfang einer langen Geschichte, die wir heute Abend nicht klären werden. Es ist der Anfang einer Suche nach Aufgeschlossenheit und nach Aufklärung. Denn wir leben mittlerweile in einem Zeitalter, das dem des Mittelalters gleicht. Wir urteilen in Sekundenschnelle über Dinge, von denen wir gar nicht wissen, ob sie sich noch entwickeln können. Wir haben sofort eine Meinung zu jeder Scheiße. Und wir lassen uns zuordnen. Sind dies oder das, schwarz oder weiß, gegen oder für, oben oder unten. Und was daraus entsteht, ist nichts anderes, als eine zutiefst gespaltene Gesellschaft, die verlernt hat, Respekt zu haben. Respekt vor dem Anderen, Respekt vor der Meinung des Anderen, vor den Gedanken des Anderen, aber auch Respekt, den er für sich und seine Gedanken einfordern kann. Und was ich in den letzten Jahren erlebt habe, in den letzten beiden Jahren, ist, dass diese Respektlosigkeit immer größer geworden ist. Und dass wir uns in Gräben verschanzen und auf andere lauern und Meinungen haben, die wir wie Waffen einsetzen, gegen die, die nicht unserer Meinung sind. Und das beängstigt mich. Und das macht mich zutiefst traurig. Weil ich glaube, dass wir schon weiter waren. Weil ich glaube, dass wir in vielen Dingen schon an Punkten waren, in denen wir aufgeklärter waren. Und niemanden brauchte, der uns an einem solchen Abend auf der Bühne erklärt, wie und was wir zu denken haben. Aber wir haben uns zurückentwickelt. Uns geht es schlicht und einfach zu gut. Und ich rede in plurales Majestatis, weil jeder und jede von uns mitmacht bei diesem Spiel. In dem Moment, wo Sie in einen Supermarkt gehen und irgendetwas kaufen, ohne zu wissen, woher es kommt. In dem Moment, in dem Sie in ein Modegeschäft gehen und sich ein Pullover kaufen, ohne aufs Etikett zu gucken, wo es hergestellt wurde. Beteiligen Sie sich an der Ausbeutung von anderen Menschen, die Ihren Wohlstand finanzieren. Und Ihr Wohlstand ist die Grundlage dafür, dass Sie die Ignoranz aufbauen konnten, andere nicht mehr wahrzunehmen und sich für den Mittelpunkt der Welt zu halten. Und das ist genau das, was wir wieder lernen müssen. Empathie, Solidarität, Mitgefühl mit anderen Menschen. Und wissen Sie, während ich hier spreche und erzähle, gibt es viele andere Menschen auf der Welt, die unsere Hilfe brauchen. Und das haben wir vergessen vielleicht, weil die Nachrichten nicht mehr darüber berichten. In Afrika sterben immer noch Menschen an Hunger. Tagtäglich, während ich hier spreche, in 20 Minuten über 50.000 Menschen. In der ganzen Welt sterben Menschen an Krankheiten wie Aids, Tuberkulose, Cholera. Oder in Haiti, wo es wieder ein Erdbeben gab. Da sterben Millionen von Menschen, ohne dass wir uns dafür interessieren, weil die Nachrichtenlage nicht danach ist. Und dann frage ich Sie, ist das gerecht? Ist das eine Welt, in der man fordern kann, dass man gut behandelt wird, wenn man andere so oft so schlecht behandelt? Nein, wir müssen also damit leben, dass die Folgen unserer Ignoranz irgendwann auch vor unserer Tür stehen, wenn wir nicht lernen, etwas dagegen zu tun. Zum Beispiel auch in anderen Fragen. Der Klimawandel. Viele reden über den Klimawandel. Wenige tun etwas dagegen. Wir fahren immer noch unsere Autos und wir wollen billigen Schritt haben, billigen Sprit. Wir tun immer noch Dinge wie zum Beispiel unser Smartphone in irgendeine Steckdose zu stecken, ohne zu wissen, woher der Strom eigentlich kommt. Der Strom, den wir beziehen, kommt in der Regel aus fossilen Brennstoffen. Und fossile Brennstoffe sind der Hauptverursacher des CO2-Ausstoßes. Und wenn wir das nicht ändern, wenn wir nicht alternative Energien finden und unser Verhalten dem nicht anpassen, dann wird der Klimawandel vorangehen. Und wir werden irgendwann feststellen, dass Unwetterkatastrophen, wie zum Beispiel vor einigen Monaten an der Ahr und an der Erft im Rheinland, immer wiederkehren werden. Und erst dann zu begreifen, dass es viel zu spät ist, das steht doch einer aufgeschlossenen Gesellschaft nicht an.